So Leute, wir sind wieder back, da wo wir letztes Mal aufgehört haben, wie immer auch eigentlich Und yes, wir gehen jetzt zum Turm von der letzten Aufgabe mit Professor Fick Ich denke mal ich werde die Quests noch machen und dann vielleicht noch ein, zwei Sachen danach Die Folge wird denke ich schon ein bisschen kürzer ein, weil es schon ein bisschen später Und morgen arbeitet Riese, ne? Da sind Gegner unten, perfekt Der verbotene Weiß Überall Gegner Tschüss, Alter Ey, Schwester, was sind das alles für Gegner unter mir? Das ist alles Spinnen oder so Von Fringo So, warten wir mal So, Professor Fick Was geht? Was geht, Bro? Vorsicht, bitte Wir sind nicht allein? Nein, Rang Rocks Anhänger Ich sehe etwa ein Dutzend, aber es könnten mehr sein Können wir an ihnen vorbei in den Turm apparieren? Schon, aber wir wissen nicht, was in dem Turm ist Vor allem möchte ich allerdings erfahren, warum sie hier sind Sie haben ihr Lager weiter vorn aufgeschlagen Ich schlage vor, wir sehen uns erst einmal ein wenig um Los geht's Das ist nicht gerade ideal Das stimmt wohl, hier entlang Und? Ich schlage vor, hier den Desillusionierungszauber einzusetzen Wir sollten uns lieber nicht ankündigen Ich hab den Helm nicht angefasst Aber danke, dass du als erstes mich verdächtest Beeilung Ähm, was machen wir denn da rein? Erstmal Oh, den kann ich eigentlich so wegmachen Wirken Sie aus Ihrem Versteck Petrificus Totalus Yo, Professeur Fake Das ist gut, was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Ja, da wurde erisch gerackt. Incentive. Kortego! 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 Was brauche ich? Levioso. Obwohl, Levioso bringt es eigentlich nicht so viel. Ich brauche auch Dings. Verliamos. Oh, warte mal. Ich habe eine neue Brille. Eine schnelle Brille, Kappa. Verteidigung plus 12. Das ist doch wunderbar. Unsere Werte sind doch echt nicht gut, glaube ich. Für unser Level. Ich weiß aber nicht. Nichts. Slash it here. Warum zeigt er mir hier? Ich habe hier voll viel Zeug. Ich kann mich voll verbessern, oder? Äh, bam. Plus 3 nochmal. Eigenschaftsstufe. Jo, nice dann. Boah, das wird ja richtig schmecken. Ja, das ist scheiße. Was muss ich denn hier machen? Reveo. Reveo. Ja, das ist ja sehr, sehr gut. Jetzt gehen wir mal zusammen. Um, was muss ich denn hier machen? Ja, das ist ja einfach. Dann gehen wir mal wieder. Jetzt kommen wir mal. Ich habe das schon gesagt. Da ist irgendwas. Hier. Das war doch die ganze Zeit ja nicht da. Hey, ich check's nicht. Gib mir einen Tipp. Ah ja, hier oben noch. Eine Schlafmütze. Professor Fickmann. Mach doch mal was hier. Ja, was ist hier? Ja, hier leuchtet der Punkt da. Was muss ich da machen? Genau hier. Was muss ich hier machen? Brauche ich den Zauber? Ja. Er fühlt mich wieder zurück, aber ne? Ey, Jungs, ich sag's euch ehrlich. Ich weiß nicht, was der Bruder von mir will. Der fühlt mich genau hier an, aber warum? Ich weiß nicht, ich hab nix mehr hier, was ich machen kann. Was soll ich hier untersuchen? Digga, ich suche schon wieder dumm und dämlich. Oder ist irgendwas unten drunter die ganze Zeit? Oh, wer ist da weg? Interagier noch mit mir. Ey, ich check nicht, ich muss kurz googeln. Okay, so, ich bin vielleicht was auf der Spur. Was ist hier? Hier war ich noch nicht. Ach du Scheiße, wer bist du denn? Ich muss ganz kurz das mal nehmen. Bist du bei fertig? Mehr hast du nicht zu bieten? Incentrum! Du hängst mir lange doch. Incentrum! Ja, ich bin noch kurz mit! Ja, ich gehst mich. Von mir, mal? Wir haben dennes in den Augen. Wir haben denis. Wir haben denis in den Augen. Das war, weil wir sie auf der Position machen. Wir haben denis und denis in den Augen . Die stehen hier auf den Augen. Die, die sind hier oben. Die sind hier oben. Is da drin? He this really. nicht bald lernen können wir es im schloss nachholen bisschen gold bruder ab in den turm rein ein bisschen cash Percival ja Professor Bakar ist ein Hüter dem sie noch nicht begegnet sind es freut mich dass ich mit meiner vermutung richtig lag dass wir uns bald nach unserer letzten begegnung wieder sehen allerdings vermute ich aufgrund des lärms dass sie es nicht leicht hatten zu mir zu gelangen das stimmt Professor vor dem turm sind wir auf kobolde gestoßen das kobolde von meinem gewöllbewussten ist beunruhigend genug aber wenn sie auch eine verbindung zu diesem turm haben könnte die bedrohung größer sein als gedacht ein grund mehr für uns weiter zu machen unten nahe des eingangs wurde ein speicher mit alter magie freigelegt wie die die sie schon gesehen haben befehlen sie ihm eine tür zu öffnen mehr kann ich leider nicht sagen da Professor fix sie nicht begleiten kann sehen er und ich sie später in der kartenkammer merken sie sich das bild wir müssen herausfinden woher run rocks anhänger von einem turm wussten der einst einem hüter gehörte im moment müssen sie sich jedoch auf wichtigeres konzentrieren auf einen speicher alter magie nicht wahr ja dann überlasse ich die angelegenheit ihrer stetig wachsenden kompetenz seien sie vorsichtig natürlich wir sehen uns in der kartenkammer besuchen sie ein speicher alter magie unten in der nähe des eingangs so man was geht hier die erste prüfung übertreten das kann ja was werden das kenne ich von gringotts und aus der verbotenen abteilung sechs die oder das es Das muss passiert sein. Ich sollte mich umsehen. So können wir direkt was verbessern. Ich mach das eigentlich am liebsten direkt, würde ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist doch wunderbar. Die walten wir jetzt einfach mal an. Ich habe noch mehr Spuren, alter Magie. Ich muss sich etwas verändern. Was er. Bro. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, they got a snipe. Yeah, they got a snipe. Yeah, they got a snipe, so I guess. Oh, my God. Gut. Halte zwei Gegner in der Luft. Oh, my God. 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 Levios und Prinklick sind. Na gut, was soll ich sagen? Uhhh Ich denke, was das dann? Handschuhe, gib mir die Handschuhe. Oh, plus 12 Offensive, das ist doch super. Das ist doch super, wirklich. Da muss ich hier rein, ey, ne? Alles auf beiden Seiten des Torbogens ansehen. Was ist hier noch? Oh, hab ich so einen hässlichen... Achio! Reveilion! Reveilion! Der Raum verändert sich, wenn ich durch den Torboden trete. Interessant. Das ist schliesst. Oh? Ich sehe einen Ausgang. Aber wenn ich durch den Torbogen trete, ist er versperrt. Hilft mir das was? Nee, ne? Hm. Was ist hier unten eigentlich? Ähm, jo. Ja, Liga, das war's komplett, danke ich ehrlich. Hm, ich sehe einen Ausgang. Aber wenn ich durch den Torbogen trete, ist er versperrt. Nee. Ist nicht die Lösung, oder? Oh mein Gott. Mehr Statuen. Nö. Nö. Incentrum. Incentrum. Contrinkum. Ich bekomme hier nichts geschenkt. Get wrecked, bro. So. Hm. Aha. Ich schätze, ich suche nach Spuren alter Magie. Aber wo? Ich sollte mir diesen Torbogen von beiden Seiten ansehen. Achille! Ist euch? Achille. Achille! Achille. Achille! Achille! was hat die magie auf beiden Seiten des torbogens verändert etwas muss jetzt anders sein wir können jetzt das ding ich muss überprüfen wie sich der raum verändert wenn ich durch den torbogen trete ich kann das jetzt noch hier machen wenn ich jetzt hier ich verstehe ich muss beide seiten des torbogens nutzen um die plattform auf die andere seite der brücke zu bringen immer die gäste weißer umhang das sieht fresh aus kurz inventar check weiß ich nicht ich lasse mich nicht nehmen und da ist 5 offensiv wir müssen mal einen drip check machen danach so warte mal das ist jetzt hier so und jetzt gehe ich wieder durch warte mal ich verstehe ich muss beide seiten des torbogens nutzen um die plattform auf die andere seite der brücke zu bringen jetzt kann ich drüber ok wow mega powertank den habe ich gebraucht ohne ne schon wieder mein gott mein Gott mein Gott erinnert 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 dein Gott erinnert Kostein! Kostringo! Hier! Kostringo! 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 Okay, ich heil wieder! Perfekt! Uh! Alle, intens! Intens! Sehr intens, sag ich ehrlich! Schon nicht ohne! So! Alte Magie! Okay! Okay! Malen! Malen! Kostringo! Kostringo! Ja! Ich kann es sich Quem Piste. X, die silberne Brille. Mal sehen, was sich auf beiden Seiten verändert hat. Ich check es noch nicht ganz. Da muss ich hin. Die Dinge auf beiden Seiten des Turbogens unterscheiden sich. Aber wie genau? So, was ist hier jetzt? Mega Power Tank. 2 Stück, dann weiß ich ja schon, was hier gleich kommt. Halte Magie. 5 Mega Power Tränke, nice. So, ganz kurz mal gucken. Jo, nice Brille dann. Hilf mir ja richtig was. Nicht! Brenn, Junge. Ja. Das könnte ich ja gar nicht. Con Ringo. Expeljame. Con Ringo. Espeljame. Espeljame. Con Ringo. Espeljame. 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 Ach du Scheiße. Liga, was passiert hier? 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 Okay. Okay. Hier geht's. Ja, Digga, das ist ein Elf, sag ich ehrlich. Das ist ein Elf, Alter. Das packen wir nicht. Das packen wir leider nicht. Das ist... Ja, das ist Griza. Das ist Griza. Ich sag ehrlich, wir sind noch nicht stark genug, sag ich ehrlich. Aufträge. Boah. Ich glaub, die... Ist noch nix für uns, sag ich ehrlich. Wir brauchen mehr Tränke. Also, ich würd sagen, das ist jetzt ein dickes Elf erstmal. Aber... Ja, wir brechen den ab, weil wir packen es nicht. Wir packen das einfach nicht. Wir sind noch zu schwach. Hier drüben. Ja, das müssen wir ja neu starten. Wir müssen mal gucken. Wir haben... Ja, ich würd sagen, wir machen erstmal die Dinger dann fertig. Ja, wir probieren es jedenfalls. Aber... Ja. Ähm, ja. Das ist ein Elf. Wir müssen mal nicht drüber reden. Sehr kritisch. Ich würde mal ganz kurz jetzt gucken. ... 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 Wo ist nur der Dings? Ich frag mich das echt. Ich... Ich hab so ein schlechtes Verständnis. Ich weiß echt nicht, wo das war. Der Der geheimen Raum Na gut So Leute, ich würde erstmal sagen, das war's Ich meine nächstes Mal Ja, ich guck mal Nächstes Mal machen wir vielleicht Das müssen wir wahrscheinlich Erstmal machen Da haben wir ja nicht genug Cash für das Problem Finde den Schatz, vielleicht Machen wir uns auf die Suche Nach dem Schatz Das können wir ganz kurz nochmal machen In die Gewächshäuser Weil hier unten alle Müsste auch noch das von uns sein Das haben wir doch mal angepflanzt Irgendwann Ah ja gut, so Leute Ich würde sagen Verschlossen, perfekt Äh, ich würde sagen, das war's mit der Folge Ich speichere immer direkt Spiel speichern Wird gespeichert Bam So Ähm ja, das war's mit der Folge Hau da rein, ciao ciao Ja, ich würde sagen, das war's mit der Folge Ja, ich würde sagen, das war's mit der Folge